wie sie sind jetzt ausgang war nicht so geplant naja gut eingang kommt hier ausgang kommt dahin ne erschwommen ausgang das ist der falsche weg ich bin zu mir so und eingang falsch richtung daneben so dann über nein da nicht sorgt für mal alles aus da wieder hoch schaum ob wir da entlang können ja da kommen auch nicht lang ist das schön wunderschön hier so kommt es auch wenn das schicht ist hier bis dahin ist perfekt kann ich da nicht verfolgt vielleicht noch ein prima eingang machen eingang und ausgaben so spaziert ab ist es premium pass natürlich hoch so und jetzt fahren wir doch mal mit und testen dich ganze so das juckt beziehungsweise das bisschen bad das ich gerade habe wo ich nicht trassiert habe ich glaube morgen mal wieder rasieren beziehungsweise heute hast du ja schon 2.30 wir nehmen jetzt schon fast seit einer Stunde wieder auf so auf jeden fall funktioniert es ich bin jetzt gespannt ob wir jetzt spaß haben und wenn nicht dann müssen wir noch mit ran der geld haben wir eigentlich genug aber trotz der sache airtime moment gute match mhm vorletzten park hatten wir schon kritik in der airtime moment aber ich glaube diesmal war keinem erwischt ähm ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ich glaube wir werden mit der auf in der auf der session nicht mehr fertig mit dem ziel schön wäre es natürlich ich weiß ja ich würde nur die achterbahn fehlen und was wir wollen nochmal eingebauen so ach das schiebt immer noch hinten nach ok und boah es geht schon nicht steil runter wuuh 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 hab auch nicht speed drauf wuuh 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 und wir sind im zieh ok gut jetzt wärs nur interessant spaß uuuh 9 wuuh wuuh sie sitzt ganz so schön aus ja gut ist klar damit kein spaß hat wird da doch noch ein bisschen höher damit mehr runter übelkeit okay gut ist war es schon als airtime haben wir nur drei dann ist auf jeden von dem nacharbeiten übelkeit ja gut diesen sinn wo man hat oben nervenkitzel übelkeit 7,2 nein auch kommen wie soll man da achterbahn bonti das alles höchstens für mindestens für spaß und fünf sekunden airtime 1,5 sekunden airtime ja wir öffnen ist mir jetzt egal bau mal der neue so ich bau noch mehr eine auch menno aber das werde ich dann auf 6 schon mal verschieben da werde ich mir dann ein paar themen raussuchen und bauen wir da hinten noch ein paar themen raussuchen eine achterbahn hin und vielleicht mit der verknüpft ist das von stadt und stadt setzt man noch achterbahn oder können achterbahn erforschen ich glaube es eher weniger und dann werde ich vielleicht mal noch können keine achterbahn erforschen vielleicht einfach mal noch ein bisschen nicht erkundigen nicht erkundigen aber mal schauen wie das genau anzeigt wird und dann werden wir uns das nächste mal die achterbahn bauen und dann sehen wir wie das dann läuft so martino bislang auslasten na haben wir schon bald ziemlich viele leute also wir fahren jetzt hier noch den startpunkt für unsere achterbahn ähm da ist es satt mit dem Ausgang ich liebe es habe ich ja schon gesagt ich liebe diese bahn immer so und eingang ausgang eingangs weg den dem eigentlichen bauern nein nein ja ist dahin so genau und dann da vorne so und dahinter ne da geh ich genau hier dran vorbei damit die leute die da anstehen auch was zu klatschen haben prinzipiell unterhalten ne da geht bis hinüber so schöne lange anstehschlange richtig lange warte schlange dann geht es da nicht wieder hoch da geht es wieder runter dumm 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 so und so so premium pass aktiv immer auf eingang ausgang fertig hohe priorität so das wird unsere hoffentlich dann eine richtig gute Achterbahn mit fetten airtime moment und 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 da hinten kommt keiner hin niemand geht da hinten hin ist sie zu wild sieht mir zu rasant aus ja ist ihnen zu wild gut dann bauen wir da dann hin da drüben dann eine hin die nicht so wild ist bäh ich hänge im baum was hat die neife werte würde mich schon interessieren auf jeden fall macht es gut gewinnen äh nervenkitzel übelkeit aha übelkeit aha okay spaß airtime momente 2 1 k 4 sekunden spaß macht es da drüben okay wir müssen da mehr und da sowas rum oh gott das ist schwierig das wird schwierig werden ich sag's euch das wird so richtig schwierig werden naja in dem sinne macht es gut bis zum nächsten mal ich hoffe wir sehen uns da zumindest und ja ich glaube ich baut es da einfach noch ein bisschen weiter so dong und dong ah da haben wir keine holzartobahn aber es war hülze nicht machen so nein das ist das ende fahrt mit farbe überändern dann werden wir hier aber beenden ne ich möchte braun haben braun 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 nein ich will es auch braun haben ich klicke den jetzt falsch an das ist doch zum beispiel genau so komplett so bräunig bin gespannt wie die achterbahn wird eine blaue lokomotive genau dann nochmal bis zum nächsten mal danke fürs einschalten gerne einen kommentar oben dalassen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat würde mich freuen dann weiß ich damit ich alles richtig mache ja ich battle jetzt auch schon darum habe es gesehen anscheinend funktioniert sowas und dann wünsche ich euch einen guten start ins neue jahr wir sind ja schon jetzt im neuen jahr mit dem video und bis zum nächsten mal servus bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal